ich sagte mir wir brauchen endlich mal wieder für ein video was was zum anschauen und habe ich mir gedacht wo ich mir das nächstbeste instagram fitnessmodel was ich finden kann schon sitzt er hier neben mir unfassbar also wie heißt du woher kommst du was machst du so das wollen vielleicht die mädels wissen ja okay das ist vielleicht ganz lustig ich wollte sagen die leute aber eigentlich kann ich auch gleich sagen das wollen die mädels wissen ich bin sascha das ist sascha komme wie du auch aus leipzig ich komme ich komme aus leipzig krass okay alles klar und bin das ist ein fitnesser man sieht das kaum kannst du mal ein bisschen flexen so and this is still my turkish friend ayer first of all before i explain the rules ayer will explain what we are gonna do in turkish it was at this moment okay i should explain you first of course man ich muss die regeln und alles was wir heute machen in englisch erklären weil er deutsch fast nur deutsch er türkisch und englisch und kein deutsch ist es schwierig deswegen wird vieles in englisch stattfinden mein neuer ist gut warum nicht in spanish um poco warte fack du ich kann kein spanish man spanish? ich spreche schon spanish nafta fack habla muy bien espanol amigo na spanish? na nama the rules are simple we are playing mario kart 8 for nintendo switch the latest console of nintendo Ja, und das wird ein 1st für Eub und Saschka. Heute machen wir den offiziellen Mario Kart Drinking Challenge. Das ist Nummer 1, denn ich bin der Referee, oder wie Eub immer sagt, der Refugee. Refugee, Alex. Er kann einen Referee nicht ausprechen, deswegen sagt er ein Refugee. Ich bin nur ein Kind. Wir werden eine Cuppe spielen, und ich denke, eine Cuppe war vier Räsen. Wir werden die Beeren öffnen für die beiden. Mensch, ich will das trinken. Ich bin der Referee, und ich mache die Räse. Also, keine Sponsoring, aber wenn ihr mich sponsoren wollt, Karlsberg Company, oder ich glaube sie kommen von Cola oder sowas. Dann gerne, nur zu. Wir werden eine Fülle Cuppe machen, vier Räsen. Du musst eine Fülle Cuppe machen, während der Räse gewinnen. Bevor du passierst. Aber wir sind zustande, gentlemen. Und zustande, gentlemen. Don't drink and drive. So, das heißt, du kannst nur die Beeren und drinken. Aber ich habe eine Frage. Wenn du standstillst, oder du hast ein accident, oder du fliegst. Wenn du fliegst. Ja, in diesem Spiel ist es möglich, dass du fliegst. Aber du wirst sehen. Oh, okay. Wenn du fliegst. Wenn du riefst. Wenn du fliegst. Weil du auf dem ground und du riefst. Dann ist es nicht möglich zu riefst. Denn du riefst nicht. Du riefst nicht und drivest. Du wirst ein furcht. Und ich will riefst. Ich will riefst. Er ist ein Tricky. Es ist egal. Es ist egal. Es ist egal, ob du rumschlägt. Es ist egal. Es ist egal. Das ist etwas anderes, das ist. Und das ist die Räse, die Räume. Wenn du erst fertig bist, aber du nicht fertig bist, du automatisch gewonnen hast. Du musst zu fertig. Und dann klappt dein Platz. Jetzt kommt der Interessante Fakt. WTF?! Das ist verabschiedet, das ist die Räume für die Räume. Sorry, sorry, sorry. Ich bin einfach fasziniert. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, warum zieh ich mich so aus der Affäre? Das hat einen einfachen Grund. Erstens brauchen wir einen Kommentator. Zweitens habe ich tatsächlich nur zwei Kontrollers. Wir können einfach nicht zu dritt spielen. Wir sind einfach so scheiße arm. Ich kann mir leisten, dass ein Model am Start ist. Ich kann mir leisten, dass ein Türke aus dem Ausland hierher fliegt. Aber beim Kontrollers hat es gefehlt, Alter. Brauchst du mehr Klicks? Ich brauche mehr Klicks, Alter. Ich brauche mehr Klicks. Kann ich mich sogar vorstellen? Ich brauche mehr Klicks. Nein, 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 nein. Die Räume ist nicht ausgeproncet. Wenn es ein Blick hat, dann arbeiten kannst du es. Wenn es ein Zwischenes rät, wenn du es willst. Warum? Nein, nein! Bist du nicht. Ich brauche nicht. Ich brauche nicht. Es gehtfühlt. Ich brauche nicht. Drink, Papier, 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 Papier. drink drink hey die ohne den finnisch er hat automatisch fahren eingestellt der idiot deswegen fährt er von alleine jetzt muss ich die ganze zeit bremsen damit er hier nicht schneller fährt das ist zu heftig, Alter du bist irgendwie zu heftig unterwegs, ich seh ich der Haunterzweck wie so ein Eimerl-Shake, Alter das war die Idee wo 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 ist das motherfucker? wow man, du 12. Platz, er ist 3 oh, er ist smart, er ist fucking smart, man haha, er weiß, er ist nicht driving, ok ok, das Bier ist schon mal durch, jetzt kommt es darauf an, wer zuerst im Ziel ist oh man wer die erste Runde gewinnt oh, das wird ein richtig knappes Rennen, das wird ein richtig knappes Rennen das wird ein richtig knappes Rennen hey, ihr könnt es schaffen oh denn der ist der erste Rennen unfassbar wow das ist, das ist awesome der hat es nicht geschafft, den ersten Platz reinzuholen wow 1. Platz this is how you're gonna do the drinking game he finished it in 10 seconds and then he won at 1. Platz man pissing now it's time to go bye and I think the first technique was not bad, but maybe there's a better technique Eyup had the technique, always drinking a little bit it's not possible to do this 4 times this is the second race it's it's 1-0 for suss guys, 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 hey hey go 7 at the end that's 1 wow we try go go do go 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 Oh, yeah! They hit each other, they hit each other. Eyup is one place ahead. Oh, he is smart. He is fucking smart, I can tell you. I would never think about it. I would always forget when I keep drinking. Da musst du echt dran denken, ne? Ja, da. Wenn der fliegt, musst du so verzitten. Bro, 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 bro. And what jumping, man? Didn't you see? We're jumping, it's one second, man. One second. One second, one second, man. You can swallow one. Oh, krass, bro. This drink is cool. I can also imagine this in a cinema, with 10 people or so. Or, I think, oh, can I play it? I don't know. Ohhhh. Ohhhh. So, Sascha's beer is almost finished. Ohhhh. Now Sascha just needs to get Eyup. But Eyup didn't finish the beer, so it looks good for Sascha. No. Okay, this is okay, this is okay. Eyup. Don't drive. He's drinking, he's drinking, he's drinking. And he finished the beer! Yes. And now, it is going to be... Oh my god! 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 What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Oh my god? Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! And now, there we go! The best thing, guys, and you will love this fact, you just finished half of it! Yeah, 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 yeah. What is it? Yeah, two more rounds! Yeah, I think that's the problem. Soo, here we go, guys! Here we gooo! I can't finish it, man. Oh man, natürlich, wir müssen es enden, Leute. Ein weiterer Rennen und dann haben Sie eine Pause, ok? Ja, ok. Man, das ist groß, ich kann dieses Bier nicht enden, man. Natürlich. Ich habe Stomach, aber ich habe keine Böcke, ok? Das ist ein Tier, also mit dem muss ich mal feiern gehen. Das ist ein übelster Atze, Alter, von Mensch. Mir ist komisch. Mir ist komisch, Alter, du trinkst das dritte Bier, natürlich ist das komisch. Was ist los mit dir? Die Jungs sind ja schon voll durch, ey. Das ist krass, Mann. Drei Bier mit einer übelsten Geschwindigkeit. Hey, you still need to finish the beer. And he's drugging like drunk. Ah, Mann. Oh, come on. Nice, nice. Eyüp is a fighter. He is a fucking fighter. He's not feeling well, but he is a fighter. He will do anything. But it was not enough. It was not enough. Oh, mir geht's nicht gut. Man, when did he finish? Fuck. Yeah. Yeah, of course, man. He's fast. Fuck you, man. Where did you find this guy? Man. On the street, yeah? On the street, man. He was lying down in piss and alcohol. I gave him some good clothes and some barbershop and he looks fine, man. He was in front of the main station in his own piss and his own alcohol. He had no job. And now he's... Look at him, man. He's beautiful. Thank you, Alex. This is the last race. Race number four. That's the last race. I'm curious if the guys know what they can. I don't feel like the last race. They hang a little bit through, right? Man, this is the snow race. Man, this is the snow race. I did the same. This is the snow race. Ah, he sees something and he thinks maybe this could be some flying. Oh, no. They don't care if they're flying or not. Hey, hey, hey. Ah, that was smart. Okay, okay. They are driving like they're drunk. Guys, what did you do? Why are you driving like you're drunk, man? What a fly. What a fly. Ah. Let's finish it. Oh, man. If A.F. wins this race, then... Oh, he's still good, but... Oh, he's almost... He's finished already. What the fuck? A lot can happen in one lap in Mario Kart, but... So don't trust anything. They look so good. They look so good. The eyes are so glassy. They look almost straight out. I can't see them. Haha. Ah, guys. Man, he's in the first place and he'll always finish his views, man. Yeah. It seems to me that Sasha is winning the race, but it's not over. Eyup, fight for your honor, for your country. Oh, man. He's fighting. He's fighting! Ah, cool. I have to. But unfortunately he's not been able to win. And the B is... A little bit of a drink. A little bit of a drink. As you can see, there's a little bit of a drink. And... He got the poisoned. So the winner of this challenge! Saskia! A.K. Sasha! He managed it. A.K., the Dugman. Three on one Congratulations bro You are a fucking good drinker I have a problem I think I have a problem Come on I need to put my penis in the right position Yes you can You know what the best thing is Yeah If you love you brother so much Why? High five point No thank you cheesy bone Man I think To get a failure When we drink For example four bottles You have to drink When you are chilling To watch us You have to drink the same beers as well man Of course Because the winner Will be a fucking drunk And you will be a big man Yeah That's maybe a problem That's true What the fuck What kind of refugee you are? Refugee He said refugee again You invited us here for this game man We drink together? Come on We drink together maybe? Cheers Oh man I'm so close to four up bro I'm so close Here 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 It's not much What is it like? Like this Oh I don't want to go to hospital Ich glaube, die besten Folgen bei Zocker sind gar nicht im D-Body gepastet. Okay, bro. Bro, I have one more present for you. You have one chance, okay? Option one, you will drink the beer full. Option B, you will just kiss my dick. Okay, man, open it. Open it, man. You want to kiss my dick? Man, you said you have the option. You have to option it. Man, seriously, you are drunk or? I'm so fucking drunk, man. Fuck it, what it does? Only three bottles, man. Oh man, it hurts so much. Okay, think about something beautiful. Think about baby cats. Oh, baby cats. Baby cats are beautiful, man. Baby cats are really beautiful, bro. So many beautiful baby cats with soft purr. Oh man, they are so... They are so... They are so... Oh man. Oh man. Oh shit. Let's get gas. Mario, come get gas. Oh, come, come, come. Oh, another one! Nah, okay, half the half. Ja, die helfe musst du riecken. Digger, die helfe musst du riecken. Du bist schon schön eklig. Muss ich dir mal lassen. Ha 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 ha. Das kam mir alles angeregt. Sehr, sehr schön, sehr schön. Okay, das kommt wo noch richtig rum. This is my brother. Aktualisieren? Ne nicht aktualisieren. NEIN. Was? Das Update wird durchgeführt, das ist Tape-Update, wird durchgeführt, die Person, nein, passiert das jetzt einfach wirklich, nein, ist das Spiel damit abgeboren, ist das Spiel damit abgeboren? Worn out faces